Hallo, mein Name ist Bernd, ich bin zertifizierter Trainer für DaVinci Resolve und möchte mit dir heute in die Tone-Postproduktion mit Fairlight einsteigen. DaVinci Resolve bietet bereits in der Edit-Page diverse Möglichkeiten zur Audiobearbeitung. In Fairlight habe ich eine komplette Digital Audio Workstation integriert und kann noch gezielter Bearbeitungsschritte vornehmen und meinen Film mischen für meinen finalen Soundmix. Ich habe bereits das DaVinci Resolve Archiv für diese Lektion wiederhergestellt und habe vor mir den finalen Stereomix von einem Kurzfilm namens Hyperlight oder einem Ausschnitt davon. Hören wir einmal kurz rein. Ich spiele hier über Play ab und zeige als erstes kurz meine Monitoring-Lautstärke. Wenn es für mich zu laut ist, kann ich es hier runterregeln oder hochregeln insgesamt, meine Desktop-Ausgabe. Ich habe auch eine Dimm-Taste, die reduziert die Lautstärke einfach durch Klicken um 15 Dezibel und ich sehe, dass an dem gelben Regler, dass einfach 15 Dezibel reduziert ist, um mal kurzfristig die Lautstärke runterzusetzen. Oder stumm schalten mit einem Klick auf den Lautsprecher. Und ich lasse es jetzt einfach mal stumm geschaltet weiterlaufen, um die Benutzeroberfläche kurz zu erklären. Ich sehe hier oben den Stereokanal von dem Stereomix, die Pegel. Ich habe hier sämtliche Pegel für sämtliche Kanäle, so viele Kanäle, wie ich in Fairlight benutze, beziehungsweise so viele Spuren, wie ich in Fairlight benutze. Daneben die Master-Ausgabe, Master-Pegel, Control Room für meine Monitoring-Lautstärke und hier einen Loudness-Monitoring-Bereich, in dem ich die Lautstärke nach diversen Lautstärke-Standards mir anschauen kann, gemäß der zur Verfügung stehenden Standards hier über das Menü. Ich habe eine kleine Video-Vorschau von meinem Video, so wie es in der Edit-Page geschnitten wurde oder importiert wurde. Und dann darunter hier die Abspielkontrolle. Ich hatte es gerade schon ablaufen lassen, das übliche Play, Stop, Zurück, Vor und auch die Tastaturkürzel sind hier genau wie in der Edit-Page, also Leertaste zum Abspielen. Ich lasse den Sound mal im Hintergrund laufen. Leertaste, Start, Stop und über die Tasten J, K und L kann ich auch navigieren. L zum Abspielen vorwärts, K, Stop, J zum rückwärts abspielen. Und auch die Möglichkeit, frameweise vor- und zurückzugehen, funktioniert mit den Pfeiltasten links, rechts, einzelne Frames, beziehungsweise K drücken und dann auf J tippen zum Zurückgehen oder auf L tippen zum Vorgehen. Wenn du Resolve auch im Schnitt benutzt, sind dir diese Tastaturkürzel bereits geläufig. Ich bekomme eine Vorschau beim Scrubbing, also ich kann den Timeline-Head, hier diesen roten Playback-Head ziehen und so durch die Timeline ziehen und dabei eine Audio-Vorschau bekommen. Dann habe ich hier in diesem Bereich meinen Schnitt, in dem Fall hier nur einen Clip, eine Stereospur, da kommt gleich noch mehr. An der Seite habe ich die Mixer, in dem Fall auch nur ein Kanal und Main, eins der Master-Ausgang mit den Kanalzügen zum Regeln. Da drüber habe ich erst die Effekte, dann Dynamics, das ist für Limiter, Kompressor und so weiter, Equalizer und Pan für die räumliche Positionierung von Spuren. Ich kann einzelne Bereiche leicht an- und ausschalten, zum Beispiel den Mixer kann ich abschalten, anschalten. Der Meters-Bereich beschreibt den ganzen oberen Bereich, den ich so aufmachen oder schließen kann. Und dann noch weitere Bereiche, wie zum Beispiel den Media Pool, den ich aus dem Editing kenne. Für den Fall, dass du Fairlight geöffnet hast und es etwas anders aussieht, die Panels etwas anders angeordnet sind, kannst du jederzeit ein Reset machen von der Benutzeroberfläche. Die Funktion dazu findest du oben im Bereich Workspace Reset UI Layout. Ich klicke einmal drauf. Bei mir sieht es fast so aus wie vorher, weil ich schon mit der Standardeinstellung begonnen habe, aber dann bin ich nicht mehr im Vollbild. Ich kann hier unter Mac hier klicken, um wieder in den Vollbildmodus zu kommen. Unter Windows findest du eine Fullscreen View Option im Workspace Menü. Also Workspace Fullscreen View ist unter Windows verfügbar, um ins Vollbild zu gelangen. In diesem Projekt zu diesem Hyperlight Kurzfilm möchte ich jetzt ein bisschen rückwärts durchgehen, durch die verschiedenen Evolutionen vom Sound Editing und Mixing, die hier stattgefunden haben, um diesen finalen Stereo-Mix zu erlangen. Es sind in diesem Projekt bereits mehrere Timelines angelegt, also mehrere Zeitleisten mit verschiedenen Bearbeitungsständen. Und die Zeitleisten sind einerseits hier verfügbar, Timelines. Hier sind so die zuletzt bearbeiteten Timelines verfügbar. Aber alle Timelines kann ich in dem Media Pool auffinden. Dort habe ich verschiedene Ordner, die im Schnitt so vorbereitet wurden und organisiert wurden. Und ich habe einen Timeline-Ordner, in dem sich alle Timelines befinden, die in diesem Projekt angelegt wurden. Ich sehe die zurzeit mit solchen kleinen Vorschaubildchen, aber in dem Fall gehe ich hier auf List View, um die einzelnen Timelines besser sehen zu können. Und ich gehe hier auf die Stereo-Stamps, Doppelklick, zum Öffnen. Und habe nun eine andere Timeline geladen, in denen sogenannte Stamps sich befinden. Stamps bezeichnen eine inhaltliche Trennung von verschiedenen Tonelementen. Und die allerhäufigste Trennung, die gemacht wird, ist eine Trennung nach Musik, nach Soundeffekten und nach Dialog. Das wird sehr oft am Ende des Mischens gemacht und auch so abgegeben, beziehungsweise so archiviert und längerfristig aufgehoben. Der Grund ist, dass wir so hinterher den Dialog zum Beispiel austauschen können für Versionen in anderen Sprachen, wenn Dubbing stattfindet. Auch ist es möglich, natürlich dann unterschiedliche Mischverhältnisse zwischen Musik und Dialog zu machen für verschiedene Ausgabeformate. Also diese Stamps ein sehr häufiger Schritt. Und ich zeige die gerade mal, um noch weitere Möglichkeiten der Benutzeroberfläche und der Navigation vorzustellen. Ich kann in Fairlight Clips auf unterschiedliche Weise selektieren. Ich kann einzelne Clips selektieren und die werden dann rot umrandet. Wenn ich jetzt Editing-Operationen wie Kopieren, Einfügen etc. durchführe, kann ich das auf einzelnen selektierten Clips tun. Ich kann allerdings auch ganze Spuren selektieren. Und in dem Fall wird automatisch der Clip, der unter dem Abspielkopf hier sich befindet, wird automatisch selektiert von der ausgewählten Spur. Also so kann ich ganze Spuren wählen. Und auch für die Möglichkeiten, in meiner Timeline hier rein und raus zu zoomen, ist das sehr hilfreich. Wenn ich nämlich eine Spur angewählt habe, kann ich hier die Höhe anpassen und die angewählte Spur wird automatisch zentriert. Also ich kann so sehr schnell die Spuren größer machen und meine Wellenformen hier besser sehen. Das hier kann ich hier über dieses Menü machen. Ich kann es aber auch noch schneller über die Maus machen. Wenn ich eine Maus mit Tastenrad habe, kann ich über Shift bzw. Umschalttaste und Mausrad die Spurhöhe so schnell erhöhen oder absenken und auf die ausgewählte Spur hinzu zoomen. Das Ganze ist für die Spurhöhe analog geht es auch zum Reinzoomen in die Timeline. Dafür ist dieser Slider und der zoomt rein auf den Abspielkopf zu. Jetzt wird der Abspielkopf hier zentriert. Playhead. Und ich zoome, soweit ich möchte, auf diesen Playhead hinein. Zur Anzeige, die Wellenformen hier können mit oder ohne Umrandung angezeigt werden. Ich wähle die Spur nochmal ab, damit wir es so sehen. Hier sieht man so eine graue Linie um die Wellenform drumherum. Verschiedene Einstellungen sind hier in diesen Timeline View Options in diesem Menü zu finden. Und hier habe ich zum Beispiel eine Einstellung Waveform Borders, die anzeigt, ob ich diese graue Umrandung haben möchte oder nicht. Kann ich nach Belieben ein- oder ausschalten. Um das Menü zu verlassen, einfach an die Seite klicken. Soviel also zu diesen beiden Zoom-Optionen. Für beides gibt es Tastaturkürzel, Shift und Umstelltaste. Für die vertikale Zoom-Richtung, für das horizontale habe ich die Alt- oder Option-Taste, wenn ich es mit dem Mausrad machen möchte. Zuletzt für das horizontale Rein- und Rauszoomen habe ich auch die Tastaturkürzel Shift-Z, Umschalt-Z, um vom aktuellen Zoom-Level rauszuzoomen auf ein Zoom-Level, was die gesamte Zeitleiste beinhaltet. Also einmal Shift-Z springt auf die gesamte Breite und wenn ich es erneut klicke, komme ich auf das vorherige Zoom-Level zurück. Auch das funktioniert im Schnitt in Resolve und hier in Fairlight genauso. Also ich springe die Breite wieder etwas runter, um all meine Tracks zu sehen. Wenn ich nun in viele Spuren habe und reinhören möchte, dann höre ich auf Anhieb alle Spuren gleichzeitig. Ich schalte das Dim noch mal aus. Ich kann dann allerdings einzelne Spuren stumm schalten. Das geht leicht hier über Mute für stumm schalten. Zum Beispiel so habe ich nur noch die Dialogzeile, da wo Dialog ist. Ich springe mal an eine passende Stelle. Die Mute-Taste kann ich auch ziehen. Also ich kann klicken und dann ziehen. So klicken und dann ziehen. Und so kann ich sehr schnell viele Spuren einfach durch klicken und ziehen auf einmal stumm schalten. Das Gegenbeispiel zum Mute ist Solo. Und hier habe ich ein S für Solo. Wenn ich also zum Beispiel nur die Soundeffekte hier hören möchte, kann ich auf Solo klicken. Sobald eines dieser S-Symbole angewählt ist, wird automatisch nur noch der Track abgespielt, der ein S angeklickt hat. In dem Fall ein Track hier für die Soundeffekte. Ich kann allerdings auch mehrere Tracks parallel auf Solo stellen. Sie werden dann alle abgespielt, die gleichzeitig ein Solo-Symbol anhaben. Das ist auch wieder mit Mute kombinierbar im Prinzip. In dem Fall gewinnt Mute und nur der Solo-Track spielt ab. Ich wechsle nun von diesen fertigen Stems einen Schritt zurück und möchte nun etwas über die Dialogvorbereitung, das Prozessieren von Dialog sprechen. Dazu habe ich hier den Before and After Dialog Track, wo mal als Vergleich gezeigt wird, welche Form der Bearbeitung im Dialog stattfinden kann. Und ich habe hier diverse Marker, die auch erklären, was ich hier habe. Gegebenenfalls kann ich hier per Doppelklick draufklicken und sehen, hier handelt es sich um Production Dialog. Also der Dialog, so wie er am Set aufgenommen wurde. Und ich wähle diesen Track mal mit Solo aus und höre mir nur an, was hier passiert. Ja, das soll mir schon fürs Erste reichen. Ich habe hier unsere Astronautin in unserem Science-Fiction-Film. Sie heißt Emiliana und sie spricht mit einem Sprachcomputer. Und der Sprachcomputer wird zurzeit einfach nur vorgelesen von einer weiteren Person am Set. Und der Ton von dem Sprachcomputer muss natürlich dann noch ersetzt werden. Darüber hinaus habe ich diverse weitere Probleme hier, was die Pegel angeht. Ich habe auch ein gewisses Rauschen und verschiedene Probleme darunter. Es wurden schon ein paar Anpassungen der Levels gemacht. Aber ein weiterer Trick, der hier gemacht wurde und das ist oftmals so ein erster Versuch, um den Ton ein bisschen besser hinzubekommen. Hier wurde ein Drone-Sound drunter getan. Background Drone und Drone ist in dem Fall einfach, bedeutet einfach ein Brummen oder Summen. Und da wird einfach ein Universal-Füllton quasi unter den Ton drunter gelegt, der so eine Umgebungsgeräuschkulisse geben soll. Das ist oft, dass man so einen Ton erstmal drunter legt, um ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen und um ein bisschen die Störgeräusche und anderen Probleme so etwas in diesem Füllton untergehen zu lassen. Es kann natürlich sein, dass er dann später noch ersetzt wird oder komplett entfernt wird. Und wenn ich das mal im Zusammenhang hören möchte, was dieser Drone-Sound hier bewirkt, kann ich es mir mal so kurz zusammen anhören. Aber dann der finale Klang muss nicht unbedingt dieses Rauschen mehr beinhalten und ich kann mal hier vorwärts springen zu diesem Marker, wo ich den Edited and Mixed Dialog, also den final korrigierten und abgemischten Dialog mir anhören kann. So soll es sich in etwa am Ende anhören. Und ich werde gleich in einige Korrekturschritte einsteigen, um zu einem finalen Dialogton zu gelangen. Nichtsdestotrotz möchte ich doch nochmal kurz auf unseren Drone-Ton und den Hintergrundgeräuschskulisse darauf eingehen. Ich habe nämlich hier tatsächlich mehrere dieser Drone-FX, dieser Töne als Beispiel hier drin liegen im Media Pool. Und ich könnte den zum Beispiel jetzt austauschen oder unter andere Bereiche legen und ich nutze das gerade mal, um mal ganz kurz über den Media Pool zu sprechen und über Optionen zu sprechen, wie ich in Fairlight Clips und Effekte, in dem Fall in Fairlight Spuren reinbringen kann. Also zunächst der Media Pool hier. Hier habe ich die verschiedenen Drone-Clips. Die kann ich einfach per Doppelklick laden und die erscheinen dann hier direkt in einer kleinen Vorschau, wo ich die Wellenform habe. Per Scrubbing durchgehen kann. Play, Stop. Sobald ich hier drin bin, funktionieren auch wieder die gewohnten Keyboard-Shortcuts, genauso wie im Playback hier. Also ich habe hier einen Ambient Space Drone. Schauen wir mal, was wir noch haben. Space für Playback. Ja, das ist ein etwas anderer Brummton oder Hintergrundton. Hier haben wir einen etwas musikalischen Hintergrundton. Speziell für diesen Clip vielleicht nicht geeignet. Ich kann solche Effekte, sämtliche Audio-Dateien, die ich habe, einfach in die Timeline rüberziehen. Ich mache dazu ein klein wenig mehr Platz, indem ich hier etwas rauszoome und mehr Platz für weitere Spuren bekomme. Und ich kann jetzt entweder von hier einfach einen Clip ziehen oder auch von hier oben und kann so einen Clip in die Timeline ziehen. Wenn ich ihn unterhalb der bisher vorhandenen Spuren positioniere, wird automatisch eine weitere Tonspur hinzugefügt, passend zu dem Clip. Also kann ich so einfügen. Ich mache das gerade rückgängig, STRG-Z oder CMD-Z. Ich kann das auch nämlich mit mehreren Clips gleichzeitig machen. Also hier in dem Beispiel, wenn ich mir einen anderen Background-Drone-Ton aussuchen möchte, kann ich hier einfach mehrere auswählen. Über STRG-Z und LINKS-Klick bzw. CMD-LINKS-Klick kann ich einfach mal zwei, drei Beispiele mir auswählen und kann dann auch alle Beispiele gleichzeitig in die Timeline bringen. Und wenn ich einfach nur so ziehe, sehe ich, werden die hintereinander abgelegt in der Timeline, alle Effekte hintereinander. Kann schon mal nützlich sein, dann kann ich sie in der Timeline hinterher entsprechend positionieren. Oder in dem Fall, wenn ich jetzt mir Alternativen aussuche, möchte ich sie vielleicht lieber untereinander legen. Auch das ist möglich, indem ich ziehe und dann die CMD- oder STRG-Taste halte. Und du siehst schon in der Vorschau, dass jetzt drei neue Tracks angelegt werden. Und sobald ich loslasse, alle meine Clips gleichzeitig untereinander angelegt werden. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier über Mute mir einzelne Anhörern bzw. Mute oder Solo gehen und vergleichen, wie das Ganze im Mix mit dem Dialog funktioniert. Als nächstes möchte ich allerdings ein paar richtige Bearbeitungsschritte hier durchführen. Und dafür wechsle ich noch einmal die Timeline. Ich habe hier im Timeline-Ordner jetzt einen Timeline Nummer 4, Dialog Editing Start, also die Anfangszeitleiste, in der der Dialog noch nicht bearbeitet wurde. In dem Fall, der Drone-Sound ist schon darunter. Der wurde im Schnitt vielleicht schon darunter positioniert als erster Versuch. Den werde ich jetzt mal direkt auf Mute schalten. Den werde ich jetzt nicht benutzen. Ich sehe auch, dass hier bereits Audio-Keyframes angelegt werden, was ja sehr oft schon im Schnitt passiert, dass der Editor schon die Levels etwas angehoben, abgesenkt hat, um so eine erste Vorschau zu bekommen. In dem Fall hier möchte ich das aber gar nicht benutzen. Jetzt möchte ich als Fairlight-Sounddesigner selber meine Entscheidungen treffen und erstmal hören, wie alles original klang. Also das passiert auch manchmal, dass im Schnitt Dinge vorläufig gemacht werden, dann aber im Ton nochmal von neu angefangen wird. Hängt davon ab, je nach Arbeitsweise. Jetzt mache ich das mal und werde mal hier ein Reset machen. Und in dem Fall wähle ich hier einfach so per Box Select, wähle ich einfach beide Spuren aus, mache einen Rechtsklick und gehe hier auf Remove Attributes. Und Attribute kann mehrere Dinge beinhalten. Es geht um Volume, also um die Lautstärke, die weißen Lautstärkepegel hier, die in dem Fall hier Keyframes haben oder bei manchen Clips einfach nur hoch oder runter gesetzt wurden. Diese Lautstärkepegel können zurückgesetzt werden. Und Plugins, ich sehe hier dieses FX-Symbol, da hat jemand schon ein Plugin vorher angewendet und Equalizer-Settings, also alles zusammen möchte ich zurücksetzen und jetzt von Grund auf anfangen. Ich habe hier im zweiten Track eine sogenannte Ada Test Voice, also Ada ist der Name von dem Sprachcomputer in diesem Sci-Fi-Film und ich höre mir den gerade mal an. Da wurde nämlich eine vorläufige Stimme eingesetzt, schon im Schnitt vom Editor. Das ist jetzt tatsächlich eine Computerstimme, die dürfen wir nur leider im finalen Mix nicht verwenden und müssen sie nochmal ersetzen. Also eine Computerstimme, eine echte Computerstimme kann natürlich schnell genutzt werden, um etwas Text zu erzeugen und mal etwas vorläufig auszuprobieren. Aber dann, je nach Lizenzbedingungen und so weiter, muss ich die vielleicht dann doch nochmal mit einer anderen Aufnahme ersetzen. Und genau das machen wir nun. Ich möchte also diese Stimme ersetzen und ich werde dazu zunächst einen weiteren Track anlegen. Und dann habe ich im Ordner VoiceOver, habe ich hier eine tatsächliche Aufnahme, die heißt hier Ada Scratch VoiceOver. Das ist eine Aufnahme, die hier in Fairlight gemacht wurde und diese Aufnahme möchte ich dann verwenden und hier einsetzen. Ich kann sie mir hier per Doppelklick laden und anhören, wie diese Aufnahme klingt. Emiliana Newton. Yes. Philip Maeda. Und diese Aufnahme enthält einfach alle Sätze, die der Sprachcomputer von sich gibt, hintereinander aufgelistet. Also ich zoome nochmal etwas raus und lege zunächst einen weiteren Track an. Das kann ich auch manuell machen. Add Track Mono. Das ist ein Mono-Track in dem Fall. Nur eine Waveform. Und habe mir hier einen weiteren Track angelegt und ich nenne den mal Ada für unseren Sprachcomputer und kann hier den Clip einfach in den Track setzen. Nun habe ich hier sämtliche Sätze hintereinander. Damit möchte ich jetzt weiterarbeiten und möchte die an die entsprechende Position bringen. Das kann ich auch sofort tun. Ich kann allerdings meine Benutzeroberfläche noch etwas besser anpassen für diese Aufgabe. Einerseits kann ich natürlich hier Dinge schließen, die im Weg sind. Also zum Beispiel den Mixer benötige ich momentan nicht. Auch hier oben die Vorschau und so weiter benötige ich momentan nicht, wenn ich nur hier in dem Bereich arbeite. Also kann ich zum Beispiel die Mieters schließen und so mehr Platz bekommen. Ich kann aber auch, und das ist gerade, wenn man sehr viele Tonspuren hat, extrem hilfreich. Ich kann auch Tonspuren sichtbar oder unsichtbar machen. Und dazu gehe ich mal hier in den Index und ich schließe den Media Pool und gehe hier in den Index. Und hier habe ich einen Tracks Index. Das zeigt alle Audio Tracks, also alle Audiospuren werden hier aufgelistet und Main, auch noch die Main Ausgabe, die Master Ausgabe. Und ich kann hier einzelne Spuren sichtbar oder unsichtbar machen. Also das Auge zeigt an, welche sichtbar sind. Und ich kann hier zum Beispiel den Dialog oder die Drohne abschalten. Und so sind jetzt einzelne Spuren ausgeblendet. Sie sind aber immer noch hörbar, außer wenn jetzt hier Solo oder Mute steht. Ich mache die mal raus, kann die also bearbeiten, auch wenn sie nicht sichtbar sind, die Solo- und Mute-Tasten. Und wenn ich jetzt abspiele, ist der Drohnensound wieder hörbar. Ausgabe auf Mute. Ich werde auch den Dialog auf Mute setzen und mich jetzt nur um diese beiden Spuren, die jetzt sichtbar sind, kümmern. Ich kann die Spuren auch leicht vertauschen. Also hier in dem Fall ist ja die Drohnenspur in der Mitte zwischen den beiden AIDA-Spuren. Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Insofern kann ich hier eine Spur auch mit der Maus einfach anklicken und hochziehen und so meine Spuren umorganisieren, sodass es für mich logisch ist. Ich mache die Drohne wieder unsichtbar und fokussiere nun auf diese beiden Tracks. Was ich nun tun muss, ist, ich muss meine aufgezeichnete Sprache für den Sprachcomputer hier nun unterteilen in die einzelnen Segmente und die an die entsprechende richtige Position in der Spur platzieren, sodass ich dann nachher diese Testspur, AIDA-Test-Voice, dass ich die dann nachher ersetzen kann. Das geht auf verschiedenem Weg. Erstmal zoome ich hier ein klein wenig rein mit Option Mausrad und möchte nun hier die einzelnen Sätze unterteilen. Entweder hier mit diesem Scherensymbol, ähnlich wie dieser Rasierklinge in der Edit-Page kann ich damit arbeiten oder ich kann mit Tastaturkürzel arbeiten. Ich habe diesen Track selektiert, damit arbeite ich hier auf diesem ausgewählten Clip. Und wenn ich hier zum Beispiel an einen Ort nach dem ersten Satz gehe und STRG-B oder CMD-B klicke, dann wird automatisch ein Schnittpunkt reingesetzt. Also der Clip wird geteilt und das kann ich auch beim Abspielen machen. Ich werde jetzt einfach durchspielen und mit STRG-B jeweils nach jedem Clip einen Schnittpunkt hier setzen. So habe ich hier meine Clips unterteilt. Shift-Z, um wieder meine gesamte Zeitleiste zu sehen. Und jetzt möchte ich die Clips an die richtige Position bringen. Ein Weg, das zu tun, ist einfach mit der Maus sie an die richtige Stelle zu ziehen. Ich kann hier einen Clip auswählen und rüberziehen. Und dabei hilft mir das Snapping enorm. Ich habe standardmäßig, sehe ich, dass wenn ich in die Nähe des Schnittpunktes hier komme, in die Nähe von diesem Clip, dass dann mein Clip automatisch in die richtige Position springt. Das gleiche passiert zum Timeline-Header. Wenn der positioniert ist, findet dieses Snapping-Behavior, dieses sprunghafte Verhalten statt, was es leichter macht, Dinge auszurechten aneinander. Wenn ich das aber nicht möchte, weil ich noch detaillierter positionieren muss, dann kann ich mit der N-Taste das abschalten und dann die Clips einzeln frei positionieren. Also N-Taste oder das Symbol hier oben, um es permanent aus- oder anzuschalten. Mit der Maus positionieren ist eine Sache. Es ist aber auch hilfreich, mit der Tastatur zu arbeiten. Manchmal kann ich mit der Tastatur sehr schnell Dinge umpositionieren, sehr schnell durch meine Timeline hindurchwandern. Und dafür zeige ich mal kurz ein paar Befehle dafür. Mit den Pfeiltasten hoch und runter kann ich zwischen Schnittpunkten navigieren, jeweils von einem Schnittpunkt zum nächsten, für alle Schnittpunkte, die momentan sichtbar sind in der Zeitleiste. Dann habe ich noch die Home- und End-Taste, mit der ich zu Beginn der Timeline springen kann und zum Ende der gesamten Timeline, also erster Frame, letzter Frame. Und dann kann ich die üblichen Befehle für Ausschneiden, Kopieren, Einfügen benutzen, um Dinge umherzuschieben. Ich gehe mal zu diesem, zum letzten Clip hier, einfach durch Pfeil nach unten, Pfeil runter. Und weil die Spur selektiert ist, siehst du, dass ich mit den Pfeiltasten tatsächlich die Clips selektiere. Also auf der ausgewählten Spur werden dann jeweils die Clips selektiert. Die andere Spur ist nicht ausgewählt. Dort werden keine Clips selektiert. Ich kann hier durchwandern, aber auf der Spur wird selektiert. Und wenn ich so einen Clip selektiert habe, kann ich mit Kopieren, Einfügen arbeiten. Die Befehle sehe ich über das Rechtsklickmenü. Copy, STRG-C, Command-C, Paste, STRG-C, Command-V und Cut, das gleiche mit X. Also nochmal hier zurück. Und STRG-X zum Ausschneiden. Und wenn ich jetzt den Playhead hier, den Abspielkopf, positioniere, sehe ich bereits eine so leicht ausgegraute Vorschau, sehe ich, wo diese Wellenform wieder platziert wird. Das ist in Fairlight sehr praktisch, dass ich diese Vorschau-Mechanismen habe. Und jetzt kann ich auch wieder mit den Pfeiltasten arbeiten und so sehr schnell zu exakt der richtigen Position springen und dann mit STRG-V an dieser Stelle wieder einfügen. Das Navigieren über die Schnittpunkte ist extrem hilfreich. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, zum schnellen Navigieren. Ich kann auch Marker benutzen. Marker haben verschiedene Funktionen. Eben habe ich schon mal Marker gezeigt, in denen Informationen und Kommentare gegeben wurden. Also ich kann Marker benutzen, um mir selber Notizen über bestimmte Elemente in der Timeline oder bestimmte Positionen zu hinterlassen. Es ist sehr hilfreich zum kollaborativen Arbeiten, um zum Beispiel vom Schnitt Stellen zu markieren, die im Color Grading oder im Sound nachher berücksichtigt werden sollen. Jetzt benutze ich Marker einmal rein zu Navigationszwecken. Ich gehe hier an den letzten Clip. Ich werde mal einfach in einen anderen Bereich klicken, um die Auswahl aufzuheben. Und ich kann hier oben klicken, um einen Marker anzulegen. Der erscheint jetzt hier. Wenn ich den bearbeiten möchte, kann ich per Doppelklick den bearbeiten, da etwas reinschreiben, die Farbe ändern, mir Notizen hinterlassen. Brauche ich jetzt gar nicht. Ich lege ihn mir nur an als Navigationshilfe. Und jetzt gehe ich mal jeweils zu dem Beginn der jeweiligen Clips und setze dort einen Marker. Und das Tastaturkürzel dafür ist M. Also wenn ich ein M klicke, kann ich so jeweils an die Positionen, an denen ich noch arbeiten muss, kann ich die jeweils markieren mit einem Marker. Also manchmal kann es hilfreich sein, bestimmte Stellen zu markieren, an denen ich später was tun muss, was ersetzen muss zum Beispiel. Und dann kann ich zwischen diesen Markern auch sehr leicht navigieren, indem ich die Shift- oder Umschalt-Taste gedrückt halte und dabei die Pfeiltasten benutze. Also Pfeiltasten alleine geht zu den Schnittpunkten, Pfeiltasten mit Shift springt von einem Marker zum nächsten Marker in der Timeline. Und jetzt kann ich beides kombinieren und das Kopieren und Einfügen zusammen mit der Navigation über die Marker machen. Ich springe also zu meinem letzten Clip hier, STRG X oder CMD X und dann mit Shift springe ich zum passenden Marker, STRG V zum Einfügen und wieder über Shift-Pfeiltasten, einfache Pfeiltaste, STRG X, SHIFT-Pfeiltasten, einfache Pfeiltaste, STRG V. Komme ich so relativ schnell hier durch. STRG X und kann meine Clips positionieren. STRG X, STRG V. So habe ich also erfolgreich meinen Sprachcomputer positioniert und kann jetzt mich auf diesen Track verlassen. Den anderen kann ich jetzt permanent auf Mute setzen und hier aus der Vorschau entfernen. und schauen wir nochmal auf die gesamte Ansicht. Das sind jetzt die Tracks, die ich jetzt im Folgenden verwenden werde. Ich möchte als nächstes mich dem Dialog-Track widmen und ein paar Probleme beseitigen und mich um die Track-Levels kümmern. Dazu fokussiere ich nun also auf den. Die anderen Tracks kann ich jetzt tatsächlich mal abschalten. Und das Erste, was ich tue, wenn ich so einen Produktionsdialog habe, ist es, die Stimmen zu separieren. Also wir haben ja hier die Emiliana, so heißt die Frau in dem Film, und der Mann heißt Philipp. Also die beiden habe ich beide in einem Track, in dem Fall von einem Mikrofon, und möchte die zunächst separieren, so dass ich sie dann einzeln behandeln kann und gegebenenfalls einzeln mit Effekten oder mit verschiedenen Korrekturen, was immer notwendig ist, sie dann bearbeiten kann. Hier habe ich beide zugleich. Zum separieren möchte ich sehen, mit wem ich da zu tun habe. Deswegen schalte ich mir die Video-Vorschau nochmal an und ich möchte dann zwei Spuren haben zum separieren. Also werde ich einen Mono-Track hinzufügen, erscheint hier darunter, und ich bezeichne die Tracks gleich, damit ich weiß, was was ist. Den obersten behalte ich mal für die Emiliana und den untersten Track, den nehme ich für den Philipp. Und nun kann ich durch den Track durchwandern und entscheiden, welcher Clip wohin gehört. Hier am Anfang habe ich keinen Dialog, aber ich sehe Emiliana im Bild, deswegen belasse ich das mal bei ihr. Danach kommt Philipp ins Bild und hier habe ich ein paar Atemgeräusche vom Philipp und von ihm kommt dann gleich auch der erste Dialog. Also entsprechend müssen die ersten drei Clips alle dem Philipp zugeordnet werden. Ein Weg ist, die mit der Maus auszuwählen und mit Steuerung, Auswahl kann ich mehrere Clips auswählen. Und es gibt die Möglichkeit, wenn die Tracks übereinander liegen und ich einfach nur Clips in den darunterliegenden Track bringen möchte, kann ich mit Option und Pfeil nach unten die Tracks runterschieben. Das ist allerdings wieder eine Methode, wo ich mit der Maus anwählen muss und dann entsprechend positioniere. Es gibt auch Möglichkeiten, wieder mit Kopieren, Einfügen zu arbeiten. Dann kann ich komplett mit der Tastatur arbeiten. Ich zeige das mal. Ich bringe die Clips wieder hoch. In dem Fall würde ich die erste Spur markieren und dann entsprechend die Clips werden dann wieder automatisch ausgewählt. und der ausgewählte Clip, den kann ich wieder mit STRG X ausschneiden und dann in der Spur darunter positionieren. Dafür muss ich nur jetzt auch zwischen den Spuren schnell mit der Tastatur wechseln können. Und das ist durchaus möglich. Ich zeige gerade mal, wo die Kürzel zu finden sind. Unter Timeline habe ich hier Track Destination Selection und da sehe ich Audio Destination A1 bis A8, also die ersten acht Audiospuren. Die kann ich direkt auswählen über das entsprechende Tastaturkürzel. Das ist hier unter Mac ist das Option, Command und dann die Nummer. Unter Windows, STRG, Alt und die Nummer. Oder ich kann mit dem Kürzeln, Option, Command, Pfeil hoch, Pfeil runter, kann ich die Destination auf einzelnen Track hoch und runter bringen. Ich zeige es einfach mal, also wenn ich STRG Alt 2 klippe, wird der zweite Track ausgewählt, STRG Alt 1 der erste. Ich mache mal noch ein paar mehr an. Also so kann ich dann direkt zum dritten Clip springen oder zum vierten oder wieder zum ersten. Also so kann ich dann auch über mehrere Spuren schnell springen. Oder ich kann mit STRG Alt Pfeiltaste hoch und runter navigieren. Also jetzt STRG Alt Pfeiltaste runter zum Track da drunter, Pfeiltaste hoch zum Track hoch. Und so kann ich durch sämtliche Tracks, die ich hier vor mir habe, durchnavigieren. Also auch das ist eine Möglichkeit, um relativ schnell zu selektieren und an entsprechender Stelle wieder mit STRG V einzufügen. Und wenn ich die Tastaturkürzel gewohnt bin, kann ich auf die Weise auch sehr, sehr schnell hin und her springen. Ich gehe weiter durch meine Schnittpunkte. Auch das gehört noch zum Philipp, STRG X. Und die nächsten Clips. Da spricht Emiliana. Die belasse ich also da. Auch hier spricht noch Emiliana. Dann haben wir immer den Computer dazwischen. Und hier haben wir wieder Philipp. Und die nächsten Clips sind alle vom Philipp. Ich spare mir jetzt etwas Zeit und wähle die Glade alle an. Dann nochmal Option Pfeil runter als alternative Möglichkeit, um Clips hinunterzubringen. Und dann die letzten beiden Clips sind, wenn ich mich nicht täusche, wieder Emiliana. Ada. Da spricht sie. What? Und das ist nochmal Philipp. Wenn ich jetzt mit sehr vielen Tracks arbeite, macht es auch Sinn, mir das Ganze etwas farblich zu kodieren, dass ich mich schneller orientieren kann und zwischen den Tracks schneller hin und her wechseln kann. Ich mache die Tracks nochmal kurz über SHIFT-Mausrad kleiner, SHIFT-Z, um die gesamte Timeline zu sehen und schaue mir nochmal die Tracks an, die ich jetzt eigentlich tatsächlich brauche. Den Test-Track brauche ich nicht mehr. Und die Farbe kann ich per Rechtsklick ändern auf die Spur. Rechtsklick Change Color Orange aus. Für Philipp Rechtsklick Change Track Color nehme ich Apricot und für Ada Change Track Color Yellow. Und so habe ich alle drei Clips, die mit Sprache zu tun haben, mit ähnlichen, aber doch sichtbar unterschiedlichen Farben belegt. Die Farbe wird jetzt jeweils für alle Clips, die da in der Zeitleiste sind, angenommen, außer wenn einzelne Clips bereits selber eine Farbe haben. Dann wird die Clip-Farbe zuerst gewählt. Danach spielt die Track-Farbe eine Rolle. Und so kann ich es auch nutzen, um mir farblich gewisse Hinweise innerhalb der Timeline zu machen. Sagen wir, ich spiele mal durch einen kurzen Bereich durch, wo es vermutlich ein Problem gibt. Ich spiele mal gerade hier durch diesen kleinen Bereich durch und höre mir das mal an. Ja, und da muss ich definitiv noch dran arbeiten. Wenn ich das nicht direkt machen möchte, sondern mir aufschieben, kann ich zum Beispiel den Clip hier auswählen und auch auf Clip-Level eine Clip-Farbe machen. Clip-Color, sagen wir Teal. Und so sehe ich direkt aus der Timeline, ein Clip ist markiert. Und da möchte ich vielleicht noch eine Korrektur vornehmen. Wir brauchen die Korrektur gar nicht aufschieben. Ich kann es natürlich direkt machen. Insofern gehe ich mal mit dem Playhead dahin und zoome darauf rein. Und wenn ich an so einem kleinen Stück Länge arbeite, macht es Sinn, hier etwas auswählen zu können und mein Playback etwas zu justieren. Ein eleganter Weg ist es, wenn ich hier einfach mal drüber spiele und es mir anhöre. Und Stopp. Und dann sage, ich möchte es nochmal hören. Ich möchte genau fokussieren, wo das Problem liegt. Kann ich per Option L oder Alt L einfach genau den gleichen Abspielpunkt nochmal treffen und das Playback wiederholen. Also ich fange nochmal vom gleichen Punkt an und kann so nochmal zurückspringen. Aha, noch ein drittes Mal. Und kann so relativ schnell nochmal was wiederholen, bis mir dann klar ist, was genau das Problem ist und bis ich es dann letztendlich behoben habe. Und in diesem Fall habe ich hier zwei Probleme. Ich habe hier zu viel und ich mache es noch größer und noch offensichtlicher hier. Also ich habe hier ein abgeschnittenes Wort, was ich nicht brauche. Und ich kann hier, ähnlich wie es auch in der Edit-Page funktioniert, wenn ich über die Ränder gehe, habe ich hier Trimm-Werkzeuge zur Verfügung. Und der Unterschied zur Edit-Page ist, dass ich hier die Waveforms direkt sehe beim Arbeiten. Und ich kann hier sehen, da ist ein anderer Satz, der gar nicht benutzt wird, aber bei diesem Clip. Und insofern kann ich hier das einfach abschneiden und hier der Einstieg vielleicht in die andere Richtung gehen, hier verlängern. Und dann wird hier noch so kurz eingeatmet und das könnte ich vielleicht so mit einem Audio-Fade etwas abdämpfen, sodass es dann besser übergeht. Und dann schaue ich noch mal. Und so habe ich mein kleines Problem hier behoben. Dieses wiederholte Abspielen mit Option L oder Alt L, das ist sehr hilfreich. Ein anderer Weg ist es, der auch aus dem Schnitt sehr geläufig ist, ist es, In- und Out-Punkte zu setzen und dann auf einen Bereich, der mit In- und Out markiert ist, wiederholt abzuspielen. Ich zeige das hier mal als Alternative. Also ich könnte hier vor meinem Problem, an dem ich arbeiten will, einen In-Punkt setzen und danach einen Out-Punkt und kann dann mit Option Schrägstrich, der Vorwärtsschrägstrich, beziehungsweise auf der deutschen Tastatur, gegebenenfalls der Schrägstrich auf der Nummerntastatur, auf dem Nummernblock, damit kann ich hier arbeiten und das macht jetzt ein Playback nur zwischen In- und Out und dann ist es sehr häufig, das auch noch in Kombination mit einem Loop zu verwenden und ich kann hier oben Loop anschalten und dann wird einfach immer im Kreis gespielt. Also jetzt kann ich mit Option Schrägstrich so oft mir anhören, wie ich benötige. Das Setzen von In- und Out-Punkten, so wie ich es gerade gezeigt habe, ist in der Edit-Page üblich mit I für In, O für Out. In Fairlight habe ich aber noch einen eleganteren Weg, indem ich hier oben das Range Selection Werkzeug benutze und das demonstriere ich mal auf einem etwas größeren Bereich der Zeitleiste. Wenn ich dieses Werkzeug anwähle, kann ich damit verschiedene Dinge machen. Ich kann entweder einzelne Clips anklicken und diese Clips werden ausgewählt und gleichzeitig wird ein In- und Out-Punkt um die Clip-Grenzen gewählt. Also so kann ich sehr schnell eine Auswahl machen. Der Clip ist ausgewählt zum Bearbeiten, zum Beispiel wenn ich STRG X ausschneiden oder solche Operationen machen möchte, ist der Clip bereits ausgewählt. Aber gleichzeitig ist der In- und Out-Bereich gesetzt, sodass ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich diesen Clip auswähle, dann direkt diesen Clip zum Beispiel jetzt mit einem Loop mir beliebig oft anhören kann. Das ist, wenn ich einzelne Clips anklicke. Ich kann aber auch hiermit ziehen und dann mehrere Clips auswählen und den In-Out-Punkt parallel dazu setzen, genau so weit, wie ich hier gezogen habe. Also es ist ein kombiniertes Clip auswählen, beziehungsweise Bereich auswählen und gleichzeitig In- und Out-Punkt setzen. Und das ist sehr mächtig in der Kombination mit dem Playback von In- to Out und gegebenenfalls Editing-Operationen auf den ausgewählten Clips. Ich werde nun als nächstes ein paar Lautstärke-Level hier anpassen. Und dazu wähle ich tatsächlich mal diesen Clip hier aus und mache es etwas größer und höre mir mal an, wie es klingt. Und parallel sehe ich, wo hier die Lautstärke-Pegel liegen und da habe ich hier in Fairlight ganz viele Stellen. Ich habe hier den Lautstärke-Pegel, ich habe den Lautstärke-Pegel hier oben in der Track-Übersicht, ich habe ihn im Mischer und in all diesen Bereichen habe ich eine Farbcodierung im Pegel. Also der Pegel ist grün, wenn der Ton sehr niedrig ist, kommt dann in einen gelben Bereich und zum Schluss in einen roten Bereich. Und für Ton ist es normalerweise üblich, in den gelben Bereich, im Mittelwert, in dem gelben Bereich den Ton zu platzieren. Das liegt bei minus 10 bis minus 15 Dezibel. So in dem Bereich liegt üblicherweise Sprache. Und ich kann hier die Sprache anheben, damit sie deutlich lauter wird, indem ich einfach die Linie hier ziehe und hochziehe. Und das kann ich jetzt, während ich mein Loop-Playback habe, kann sehen, wie Lautstärke wird. Ich kann das mit meinem Pegel hier oder hier vergleichen und sehen, ob es passt. Ich kann es mit der Maus machen. Ich kann es auch, wenn der Clip ausgewählt ist, kann ich es auch mit der Tastatur machen. Die Tastaturkürzel hier sind Steuerung Alt bzw. Option Command und dann oben die Gleichheitstaste und die Minustaste daneben. Ich zeige nochmal, wo es im Menü zu sehen ist. Wenn du die Tastaturkürzel nachschauen möchtest, findest du es unter Clip und dann Audio. Und kannst hier Tastaturkürzel, um das Audio-Level um 1 Dezibel oder um 3 Dezibel anzuheben und abzusenken. Falls die Tastaturkürzel auf deiner Tastatur nicht so gut funktionieren, dann gegebenenfalls über Keyboard Customization kannst du dir sie gegebenenfalls umbelegen. Neben den diversen Pegeln, die ich hier gerade vor mir sehe, kann ich auch noch detailliertere Analyse manchmal über Plugins machen. Wir haben noch gar kein Plugin hinzugefügt, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal als ein ganz einfaches Beispiel und bringe mal ein Audio-Meter-Plugin in Fairlight. Und ich gehe hier in die Effekts-Bibliothek, ich mache den Index mal zu und ich sehe hier in der Mitte ein Meter-Plugin. Und dieses Plugin, wie alle Plugins, kann ich entweder auf die gesamte Spur legen oder auf einzelne Clips. Hier lege ich es mal auf die gesamte Spur und es öffnet sich ein Lautstärke-Pegel. Dieses Plugin benutzt ein Sample-Peak-Programm, nennt es sich. Es schaut also jeweils auf die Spitzen der Lautstärke. Und wenn ich hier einmal durchspiele, sehe ich hier oben diese Lautstärke und die zeigt tatsächlich über die Abspieldauer den Peak an, also den höchsten Level, den dieser Audio-Clip zurzeit erreicht hat. Also jetzt minus 8 ist vielleicht ein Tick zu hoch. Ich bringe es nochmal runter und nochmal Option L, um nochmal abzuspielen. Jetzt liegt der Peak bei minus 10. Also insgesamt möchte ich im gelben Bereich minus 10 bis minus 15 im Schnitt liegen. Und jetzt der Peak bei minus 10 ist okay. Dieses Plugin ist manchmal ganz nett. Es bleibt auch offen, wenn ich den Mixer zum Beispiel schließe und die Effects Library und ich könnte mir so für ein oder zwei Spuren solche Plugins nebeneinander legen und habe dann eine etwas größere Option für das Monitoring. Ich kann es jederzeit hier schließen über X und wenn ich es wieder haben möchte, kann ich den Mixer öffnen. Und weil ich es auf die ganze Spur gelegt habe, ist das Plugin auch im Mixer hier auf Spurebene zu sehen. Ich sehe hier den Namen Mieter und wenn ich hier rübergehe, kann ich es hier ein- und ausschalten und habe daneben die Kontrollen, dieses mittlere Symbol. Und wenn ich da draufklicke, kommt wieder das Display-Menü für dieses Plugin. Wenn ich es am Ende entfernen möchte, kann ich hier über diese Pfeiltaste gehen und habe hier Delete Plugin. Ich mache es nochmal kurz auf und mache das Gleiche nochmal hier für den zweiten Clip. Als schnelles Beispiel wähle ich diesen Clip an und mache ein Loop-Playback über diesen Clip und kann hier draufschauen und gleichzeitig während der Clip spielt. Mit den Plus- und Minus-Symbolen hier hochgehen. Das war etwas zu viel. Und kann so den Pegel anpassen. Das könnte ich nun für alle Clips hier tun, mache ich aber nicht. Stattdessen zeige ich noch eine Möglichkeit der automatischen Normalisierung. Im Schnitt in der Edit-Page hatte ich es schon mal gezeigt. Vielleicht gebe ich hier nochmal ein etwas detaillierteres Beispiel, was Normalisieren bedeutet. Also ich schaue mir die gesamte Timeline mit Shift-Z an, zoome noch einmal raus und schaue jetzt auf den Sprachcomputer mal als Beispiel. Und ich wähle mal keine Spur aus, gehe wieder auf mein Selektionswerkzeug. Und hier der Sprachcomputer ist schon relativ gleichmäßig, aber wir haben ein paar verschiedene Clips, wo ich es leicht demonstrieren kann. Wenn ich jetzt einfach mal hier ein paar Pegel etwas verändere. Ich bringe mal eins runter, eins hoch. Sagen wir, das war nicht so gleichmäßig, wie es jetzt hier tatsächlich ist. Und bringe mal hier unterschiedliche Pegel einfach nur schnell zur Demonstration. Also wenn ich so unterschiedliche Level hier vorliegen habe, dann kann ich die alle markieren per Rechtsklick normalisieren über Normalize Audio Levels. Und meine Standardvorauswahl ist Sample Peak Program. Das bedeutet ein Algorithmus, der über alle Clips drüber geht und jeweils die Spitzen findet, den höchsten Ausschlag im Audio Volume. und setzt dann diesen höchsten Peak auf ein Target Level. Und das Target Level ist hier minus 9. Und das ist durchaus für Dialog nicht schlecht. Also der Dialog liegt dann bei minus 10 bis 15 im gelben Bereich, aber ein paar einzelne Spitzen liegen minimal drüber. Und das könnte durchaus passen. Wenn ich jetzt hier das Relative mache, bedeutet es, es sucht über alle Clips hinweg nach dem höchsten Punkt und passt dann alle Levels gleichermaßen an. Wenn ich das mache, sehe ich, dass der Clip hier jetzt vermutlich die richtige Lautstärke hat. Das war der mit dem höchsten Peak, aber die anderen wurden extrem weit runter geregelt, weil sie doch so unterschiedlich waren. Also in so einer Situation ist das die falsche Auswahl. Ich mache es nochmal rückgängig über STRG Z und gehe nochmal über Rechtsklick rein und mache diesmal Independent. Und da sehe ich, dass von jedem Clip der Level jetzt unabhängig zueinander justiert wurde und dass bei jedem Clip jetzt das Peak Level bei minus 9 Dezibel liegt. So funktioniert also das automatische Normalisieren über das Menü. Neben dem Normalisieren von Clips kann es natürlich auch sein, dass wir innerhalb von Clips sehr deutliche Lautstärkeschwankungen haben. Ich schaue dazu mal in, sagen wir hier in diesen Bereich hinein und zoome hier hinein. Jetzt möchte ich mir diesen Bereich hier mal genauer anhören und ich werde sogar noch weiter reinzoomen. Und jetzt möchte ich noch einen Trick zeigen mit dem Playhead, hier unserem roten Abspielkopf. Es kann manchmal ungünstig sein, dass der so hin und her springt, wenn ich mir längere Bereiche anhöre. Also wenn ich jetzt hier einfach abspiele, dann läuft ja der Abspielkopf bis zum Ende und danach zum Rung. Das kann recht ungünstig sein, wenn ich jetzt genau mir die Levels anschaue und auch die Waveform dabei sehen möchte. Es ist unter Umständen praktisch, wenn ich Dinge positioniere, dass ich diese feste Sicht haben kann und in der Sicht arbeiten, aber an anderer Stelle auch unpraktisch. Und was ich dann tun kann, ist hier über das Menü gehen und habe hier Timeline Scrolling und ich kann hier auf einen festen Abspielkopf umstellen, Fixed Playhead. Und wenn ich den hier fixiere, wird er da fixiert, wo er gerade ist. Und wenn ich jetzt abspiele, dann spielt die Timeline unter dem Abspielkopf, dann spielt die Timeline so unter dem Playhead, so kann die Wellenform durch das Bild durchlaufen. Ich kann in der Situation immer noch hier navigieren, indem ich so das Scrubbing mache, indem ich hier die Timeline mir anpacke. Ich kann auch die Position vom Playhead verschieben, indem ich den Playhead selber greife und kann ihn so zum Beispiel in die Mitte bringen. Ich gehe noch mal hier zu dem Anfang und höre mir diesen kurzen Abschnitt an. Okay, und da ist jetzt die Sprache etwas ungleichmäßig, also er spricht erst laut, dann etwas leiser. Wenn ich das ein bisschen anpassen möchte, dann würde ich das an der Stelle über Keyframes machen. Funktioniert hier in Fairlight genauso, wie es auch in der Edit-Page funktioniert. Also ich kann mit Alt oder Option klicken. In dem Fall mache ich mal einen Klick hier und einen zweiten hier und kann so zum Beispiel hier die Stimme anheben. Und das macht hier natürlich viel zu viel. Insofern muss ich hier wieder absenken. Und ich greife dann jeweils die Linie hinter dem Keyframe und kann das so anpassen. Vielleicht muss ich dann hier noch weiter... Ich mache es jetzt gerade optisch nach der Wellenform. Entscheide ich hier gerade. Aber ich muss es mir dann natürlich auch mehrfach anhören. Und... Ja, und hier ist das gesamte Level zu niedrig. Da kann ich dann auch wieder den Clip nehmen und das entsprechend anhöhen. Das war jetzt sicherlich noch nicht perfekt und ich kann daran weiter justieren und über die gesamte Timeline arbeiten. Aber das Prinzip ist klar und ich möchte mich jetzt noch einem etwas anderen Problem widmen. Ich gehe nochmal in der Anzeige nochmal zurück zu dem beweglichen Playhead. Gehe nochmal raus und wähle mal diesen Bereich hier kurz davor an und zoome hier rein. Und hier werde ich mal mit dem Range Select kurz diesen Bereich selektieren und mir anhören, was hier los ist. Und ich mache es mal etwas lauter, damit es deutlich hörbar ist. Ja, er sagt, du bist gestorben. Das ist vermutlich ein relativ zentraler und wichtiger Satz hier. Gleichzeitig habe ich Rauschen und Knistern drin und sehr deutliche Audio-Probleme hier. Ich könnte versuchen, die nun irgendwie mit Plugins und so weiter in den Griff zu bekommen und zu korrigieren. Aber in dem Fall einfacher. Ich kann nach einem alternativen Take suchen, wo er den gleichen Satz oder die gleichen Worte gesagt hat und kann schauen, ob ich diesen Problembereich nicht einfach austauschen kann. Also ich bleibe beim Bild, aber dieser Satz You Died, diese zwei Worte, ich schaue mal, ob ich die nicht ersetzen kann. Und wie der Zufall so mag, habe ich hier im Media Pool genau dafür unter Repair and Replace den passenden Clip parat. Also einen anderen Take, einen anderen Videoclip, in dem aber genau dieser Audio-Bereich hier bereits mit In- und Out-Punkten für mich passend markiert ist. Auch hier habe ich die gleichen Playback-Möglichkeiten. Also ich kann auch mit Optionen Schrägstrich hier einfach zum In- und Out spielen. You Died. Und da habe ich diese beiden Wörter ohne die ganzen Störprobleme. Insofern möchte ich die gerne hier ersetzen. Ich kann wieder von hier ziehen, wo da von hier, in dem Fall ziehe ich von hier oben. Die In- und Out-Punkte werden berücksichtigt. Und ich lege es jetzt gerade mal in die Spur darüber von Emiliana, einfach nur, um es übereinander mal anzuzeigen, was ich hier habe. Und ich sehe schon von der Wellenform her und so, dass das zueinander passen kann. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das einfach runterzuziehen. Und ich gehe mal wieder über Tastaturkürzel A in den Selektionsmodus, damit meine In- und Out-Punkte bleiben, egal wo ich klicke. Und jetzt habe ich hier selektiert. Und ich kann das einfach drüber positionieren. Ich sehe dabei auch diese transparente Waveform. Wenn das Snapping stört, über End-Taste kann ich es ausschalten und so wirklich exakt positionieren. Soweit gut. Diese Art des Überschreibens hat allerdings ein paar Nachteile. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum späteren Zeitpunkt doch nochmal meine Entscheidung ändere und das wieder rausnehme, sehe ich, dass hier eine Lücke entstanden ist. Genauso, wenn ich, ich mache das nochmal rückgängig, wenn ich hier zum Beispiel jetzt irgendwie trimmen möchte oder überschneiden, das Ersetzen hat tatsächlich die Spur darunter komplett entfernt an der Stelle. Das ist nicht der beste Weg, um sowas zu machen. Deswegen mache ich es nochmal komplett rückgängig. Ein besserer Weg ist es, mit Tracklayern zu arbeiten. Und das geht wie folgt. Ich kann in den Timeline-Optionen, kann ich einschalten, Layered Audio Editing. Und wenn das aktiviert ist, dann kann ich genau die gleiche Operation machen. Ich kann das hier positionieren. Aber nun wird es zwar lokal überschrieben, aber in Layern. Das heißt, der Clip darunter wird nicht getrennt. Der bleibt darunter erhalten. Wenn ich später es wieder hochschiebe, ist der ursprüngliche Clip wieder vorhanden. Und das hilft mir bei vielen Dingen. Das bedeutet, ich kann später gegebenenfalls nochmal umpositionieren. Es bedeutet auch, dass, wenn ich jetzt hier drumherum die Lautstärke wieder runterbringe oder per Doppelklick ein Reset mache, das auf beiden Seiten passiert. Also der Clip darunter ist quasi unbeschadet. Und das ist jetzt nur ein Stück, was ich hier eingefügt habe. Wenn ich sowas mache, es wäre auch ein guter Punkt, um die Clip Color zum Beispiel zu verwenden. Und hier in dem Fall sagen wir Navy. Einfach um visuell direkt zu sehen. Da wurde mit Layern etwas oben drüber gelegt. Das wäre ein guter Punkt für Clip Color. Ich kann damit noch deutlich mehr machen. Ich kann auch zum Beispiel so Audio Crossfades machen, indem ich hier so ein Fade mache. Und ich sehe hier so zwei diagonale Linien. Das bedeutet, es wird tatsächlich ein Fade zwischen der darunter liegenden Spur und der darüber gelehrten, ersetzten Spur wird ein Fade gemacht. Und damit sollte das Ganze dann hoffentlich sehr gut zusammenpassen und gut klingen. You died. You died. Ich kann jetzt im Zuge der Dialogbereinigung und Levelanpassung und so weiter in dieser Timeline sicherlich noch deutlich mehr machen. Wenn du möchtest, schau mal in die Zwischenschritte rein. Hier sind verschiedene Timelines mit den Schritten, die ich gerade gezeigt habe. und auch eine Cleaned-Up-Timeline-Replace-Word. Ja, das sind die verschiedenen Zwischenschritte und dann auch noch mehr Keyframing und so weiter gemacht, um diesen Dialog zu bereinigen. Ich möchte an dieser Stelle allerdings zum nächsten Thema übergehen und nun über Audio-Reparatur mit Plugins sprechen. Ich nehme zwei sehr gängige Beispiele. Einerseits Rauschentfernung und andererseits eine Entfernung von einem Summ- oder Brummton, wie es manchmal aufgrund vom Stromnetz schon mal vorkommen kann in Aufnahmen. Beide Beispiele habe ich hier in der Timeline Nummer 7, Repairs and Fairlight FX. Und das erste Beispiel ist schon hier beschrieben, Remove Hum, also das Brummen soll hier entfernt werden und dann hier haben wir Noise in dieser Timeline. Ich spiele mal kurz den Clip an und du kannst hören, ob du das Problem akustisch wahrnehmen kannst. Ja, das sollte durchaus gut hörbar sein. Nichtsdestotrotz werde ich es mal etwas übertreiben. Ich gehe mal hier näher rein. Und wähle mal über den Range Selection nur einen kurzen Bereich aus und werde das Ganze deutlich lauter machen. Und jetzt, damit mir nicht die Ohren rausfliegen, werde ich jetzt wirklich nur diesen Bereich hier abspielen. Und falls es vorher nicht hörbar war, sollte es jetzt definitiv hörbar sein. Ich gehe nochmal in meinen normalen Auswahlmodus, um nicht versehentlich meine In- und Out-Punkte umzubelegen und werde nun ein Plugin anwenden. Ich gehe dafür in die Effects Library wieder. Die kann ich hier unten auch neben dem Media Pool gleichzeitig offen haben, aber so habe ich etwas mehr Platz zum Suchen. Die Hammer, hier ist es. Das Werkzeug möchte ich nun verwenden. Wie vorher auch, kann ich es auf den ganzen Track oder nur auf den Clip anwenden. Hier habe ich vielleicht nur einen Clip mit dem Problem, also tue ich es auf den Clip und sehe hier das Werkzeug. Ich habe hier eine Frequenzauswahl und kann entscheiden, um wie viel Dezibel diese Frequenzbereiche reduziert werden. Ich spiele es mal ab. Die Tastaturkürzeln funktionieren weiter, auch während das Plugin offen ist, also Option Schrägstrich. Und ich sehe hier 50 Hertz, 60 Hertz. Und über Amount kann ich die entsprechenden Frequenzen noch weiter absenken, um es wirklich deutlich zu machen. Also 50 Hertz in Europa im Stromnetz gängig, 60 Hertz ist in den USA sehr gängig. Also entsprechend kann ich das hier absenken. Und ich sehe hier an der Linie auch, was passiert. Es ist nicht nur die 50 beziehungsweise 60 Hertz, die abgesenkt werden, sondern auch die Obertöne, also die Vielfachen der Grundfrequenz. Und ich habe hier ein Slope-Parameter, mit dem ich das auch ändern kann, das Verhältnis zwischen Grundfrequenz und sogar umkehren kann, sodass niedrigere Frequenzen schwacher ausgedämmt werden. In der Regel ist die Standardeinstellung für dieses Stromnetzbrummen durchaus richtig. Das als Beispiel für diesen D-Hammer. Ich gehe nochmal raus und wähle das zweite Beispiel hier aus und höre mir das mal an. Da ist ein Rauschgeräusch im Hintergrund und auch das kann ich jetzt mal übertreiben, um es wirklich richtig gut hörbar zu machen. Ich gehe dafür mal hier an den Anfang und wähle mit meinem Range Selection hier einen Bereich aus und höre mal rein mit Option Schrägstrich. Okay, nun ist das Rauschen sehr deutlich hörbar, also versuche ich es zu entrauschen und das Werkzeug dafür ist Noise Reduction und lege das hier mal auf den Clip. Da kommt das Werkzeug und es gibt hier beim Noise Reduction zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder im manuellen Modus auf Learn klicken und dann, sobald ich abspiele, wird das Rauschprofil analysiert. Also ich spiele mal ab. Und es gibt da so ein Klickgeräusch am Ende, da habe ich vielleicht den Bereich zu weit gewählt, aber grundsätzlich funktioniert es so, dass das momentane Rauschen beim Abspielen durch die graue Linie gezeigt wird und dann die lila Linie so eine umfassende Linie gibt, die das Gesamtprofil über einen kurzen Zeitraum analysiert. Ich spiele mal nur einen kurzen Bereich ab. Ja. Und ich habe jetzt den Sprung zurück vermieden, indem ich vorher gestoppt habe und habe dann hier so ein Rauschprofil. Und wenn ich dann Learn abschalte, wird dieses lila Rauschprofil für den gesamten Clip verwendet. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, kann ich hier über Dry-Wet regulieren, wie viel reduziert wird. Es entfernt nicht alles, aber es entfernt doch relativ viel. Wenn ich hier komplett auf Wet gehe, wird das maximal entfernt. Wenn ich auf Dry gehe, wird gar nichts entfernt. Das ist also dieser Regler. Und das kann ich dann natürlich auch mit der Sprache zusammen vergleichen. Jetzt möchte ich allerdings statt diesem manuellen Modus mal den Auto-Speech-Mode versuchen und schauen, wie es sich da anhört. Auto-Speech-Mode bedeutet, es fokussiert auf Sprache und versucht automatisch alles, was nicht Sprache ist, zu erkennen. Ich schaue mal auf dem kurzen Stück hier. Ja, auch da klingt es durchaus ähnlich. Wir müssen es dann natürlich auch mit der Sprache zusammen vergleichen und sehen, ob von der Sprache zu viel entfernt wurde oder nicht. Übertriebene Rauschreduktion kann natürlich immer die Sprache beeinträchtigen. Also in dem Fall hier Doppelklick, um wieder die Levels zurückzusetzen. Und jetzt spiele ich es mal zusammen mit der Sprache ab. Gut, und das funktioniert auch mit diesem Automatik-Modus doch relativ gut. Ich werde das Plugin wieder schließen. Wenn ich solche Plugins, die auf einzelnen Clips liegen, also hier das Hum-Plugin oder hier die Hammer und hier die Noise, wenn ich die später wieder bearbeiten möchte und ich gehe wieder in den einfachen Selektionsmodus, genügt ist, wenn ich den Clip auswähle und kann dann hier in den Inspektor gehen. Im Inspektor habe ich in der Effektskategorie, habe ich hier die Möglichkeit, das Plugin zu sehen. Also hier Noise Reduction oder wenn ich auf den Clip gehe, die Hammer. Und wenn ich die dann wieder bearbeiten muss, habe ich hier oben die Kontrolle, diese drei Regler und kann wieder das Plugin öffnen, beziehungsweise ich habe eine komprimierte Ansicht von dem Plugin mit den gleichen Parametern, habe ich hier so als Parameter-Ansicht, aber hier drüber kann ich die vollständige Plugin-Ansicht öffnen. Gegebenenfalls über den Papierkorb kann ich auch den Effekt wieder löschen. Die Effekts-Plugins werden grundsätzlich live prozessiert, das heißt beim Abspielen wird das Plugin live berechnet. Ich kann allerdings auch ein Cache anlegen, dass das Plugin quasi vorprozessiert wird und dann die gespeicherte Version abgespielt wird. Wenn ich das tun möchte, kann ich per Rechtsklick auf den Audio-Track gehen und hier auf Cache-Audio-Effekt und das hat zwei Effekte, also einerseits wird der Audio-Effekt quasi vorprozessiert, was der Berechnung etwas helfen kann, andererseits wird die Waveform vorprozessiert und ich sehe, wie die Wellenform hier aussieht, wenn das Plugin angewendet ist. Vom Klang her macht es keinen Unterschied, ich habe hier genau das Gleiche beim Abspielen und ich kann jederzeit wieder zurückgehen, indem ich es wieder abschalte und bin wieder bei der vorherigen Ansicht. Jetzt möchte ich diese beiden Plugins mal in einem realistischen Beispiel anwenden und ich gehe mal hier in meinen Media Pool wieder, mache die Effekts gerade zu und gehe mal hier auf ein Real-World Audio Repair Problem, also eine tatsächliche Audioaufnahme, so wie sie mir im Alltag begegnen mag. Und ich wechsle zur Abwechslung mal kurz auf die Edit-Page, damit wir sehen, wie dieser Clip von der Edit-Page aussieht. Also Edit und Fairlight sind immer gelinkt, alles was ich in einer Seite mache, erscheint auf der anderen, also so sieht es im Schnitt aus. Und im Schnitt sehe ich eigentlich nicht direkt, dass ein Problem vorliegt, ich sehe eine kleine Audio-Waveform hier, aber wenn ich es abspiele, höre ich wahrscheinlich schon ein paar Probleme. Das ist, wie gesagt, ein echter Produktionston aus einer Küche aufgenommen mit Kühlschränken und Geräten und was immer sich in so einer Küche befindet, also sehr viel an Störgeräuschen und Brummgeräuschen und so weiter. Es sind auch weitere Probleme, die ich jetzt, wenn ich auf Fairlight gehe, sofort sehe, aber in der Edit-Page mir vielleicht gar nicht direkt das bewusst ist. Wenn ich auf die Fairlight-Seite gehe, sehe ich, dass hier die zweite Spur eine richtig gute Tonspur enthält. Die erste Spur enthält nur irgendwie Störgeräusche, vielleicht noch irgendein entferntes Mikro, was an war oder irgendeine Statik. Also das hier ist komplett unbrauchbar. Das hier ist meine tatsächliche Aufnahme, aber eine Mono-Aufnahme würde für Sprache ja auch ausreichen. Insofern muss ich hier den Clip erstmal richtig laden und in dem Fall kann ich per Rechtsklick in die Clip-Attribute gehen, Clip-Attributes und unter Audio habe ich hier zurzeit einen Stereo-Clip mit zwei Kanälen. Ich schalte das um auf einen Mono-Clip und wähle von dem ersten Kanal, wechsle ich auf den zweiten Kanal. Der rechte Kanal in dem Fall enthält die korrekten Daten, der linke ist unbrauchbar, deswegen wähle ich diesen Kanal, OK. Und jetzt sehe ich nur noch einen Kanal. Ich sehe diesen einen Kanal allerdings in einem Stereo-Clip, also wenn ich den nun abspiele, dann habe ich nur links die Ausgabe, rechts nicht. Deswegen muss ich hier umschalten mit Rechtsklick über Change Track Type to Mono. Und nun haben wir das Aufnahmeproblem schon mal kanalseitig behoben, aber ich habe immer noch das Brummen und die Störgeräusche. Ich suche mir mal einen Bereich, wo er nicht spricht, damit ich es wieder etwas hier zu Demonstrationszwecken verstärken kann, dass es wirklich ganz klar offensichtlich hörbar wird. Ich gehe hier mal auf den Anfang und versuche mal hier einen kurzen Bereich zu selektieren und lauter zu machen. Und höre mir nur diesen Bereich an. And Action. Ja, da ist noch ein And Action. Das möchte ich nicht haben. Ich versuche dafür mal den Bereich dahinter. Schauen wir mal hier. Dahinter ist noch ein Atembereich. Vielleicht verkürze ich es noch. Ich kann hier oben auch ziehen und den In- und Out-Bereich etwas verkürzen. Und in dem Fall höre ich sowohl ein Brummen als auch ein Rauschen. Bei der Problementfernung würde ich jetzt mit dem Brummen anfangen. Das ist spezifischere Geräusche, wo ich vielleicht einzelne Frequenzen mit dem D-Hammer separieren kann. Und anschließend würde ich die Noise Reduction machen, weil das Rauschen dann ein breiteres Spektrum beinhaltet. Und insofern mühe ich mich zunächst um das gezieltere Problem und dann das weitere. Also gehe ich in den, nochmal in die Effects Library, bring meinen D-Hammer rein. Und diesmal ist das Brummen, wenn ich es abspiele, tatsächlich etwas höherfrequenter, so wie es klingt. Das ist ein höher-summendes Gerät, nicht unbedingt das Stromnetz. Deswegen werde ich zunächst mal hier den Mount hochbringen, damit ich es wirklich gut höre und dann die Frequenzen ausprobieren und schauen, bei welcher Frequenz ich das Brummen loswerde. Ja, und das scheint bei um die 100 Hertz der Fall zu sein. Es könnte allerdings durchaus noch höher sein. Deswegen werde ich mal mit dem Slope arbeiten und schauen, ob es wirklich die 100 Hertz Frequenz oder vielleicht mehr die Obertöne sind. Und in dem Fall wird es tatsächlich noch besser reduziert, wenn ich den Slope hochbringe. Also es ist vermutlich tatsächlich ein Brummen um die 400 Hertz. Jedenfalls so mit einem umgekehrten Slope bekomme ich das Problem hier offenbar noch besser in den Griff. Und dann kann ich den Amount vielleicht etwas zurückregeln und sehen, wann ich was ausreicht, um das Problem zu beheben. Das war mein D-Hammer. Dann mache ich direkt weiter mit der Noise Reduction, bringe die ebenfalls auf den Clip. Die werden jetzt nacheinander ausgeführt und Noise Reduction versuche ich einfach mal diesen Auto-Speech-Mode. Und dafür werde ich zunächst hier die Lautstärke zurücksetzen, damit die Sprache nicht zu laut ist. Ja, und das hört sich schon deutlich sauberer an. und bereits mit diesem automatischen Noise Removal komme ich jedoch sehr gut zurecht und habe einen nun etwas aufpolierten, ausgebesserten Klang. Mit Plugins kann ich so insgesamt sehr viel erreichen. Als letztes Beispiel möchte ich dir aber noch zeigen, wie du in Fairlight eine wirklich ganz präzise chirurgische Korrektur von einzelnen Problemen vornehmen kannst. Auch das kommt gelegentlich vor. Ich gehe dafür in die letzte Beispielzeitleiste für heute. Das ist hier Nummer 9, Fix Music Cue. Und in dieser Zeitleiste habe ich tatsächlich ein Problem in der Mitte, was hier bereits markiert ist, hier mit dem roten Marker. Da ist so ein Ausschlag, kann ich direkt optisch sehen, dass hier ein Problem vorliegt. Da ist so ein Ausschlag, der definitiv nicht zur Musik passt, ein Störgeräusch. Und da hilft es mir, dass ich in Fairlight extrem weit reinzoomen kann, bis auf Sample-Level herunter. Das demonstriere ich erstmal. Und erstmal demonstriere ich es an einer anderen Stelle, hier am Anfang. Hier am Anfang ist so ein Piepton am Anfang. Ein Piep zu Synchronisationszwecken ist der. Und ich gehe auf den Marker, der mir da freundlicherweise gesetzt wurde, und zoome mal rein und kann hier sehen, wie weit ich reinzoomen kann. Ich kann hier tatsächlich so weit gehen, dass ich die Sinuswelle sehe von diesem künstlichen Piepsignal. Und wenn ich noch weiter gehe, sehe ich tatsächlich einzelne Wellenberge. Wenn ich noch weiter gehe, sehe ich einzelne Samples. So weit kann ich in Fairlight reingehen. Jetzt dieses Piepsignal am Anfang, den brauche ich natürlich nicht korrigieren, den kann ich einfach abschneiden. Aber hier in der Mitte habe ich ein Problem. Und ich höre mal gerade es mir an. Ich spiele gerade mal da drüber. Ja, nochmal. Und ich denke, das war hörbar. Da ist dieser Ausschlag und die Pegel gehen tief in den roten Bereich und werden oben abgeklippt. Also das ist definitiv ein Problem, was ich beheben muss. Also gehe ich da drauf und werde jetzt hier mal richtig, richtig weit reinzoomen mit Alt- und Mausrad und bringe das rein, so weit, bis ich die Samples sehe. Und jetzt kann ich tatsächlich einzelne Samples angreifen und korrigieren. Das möchte ich natürlich jetzt nicht wirklich mit einzelnen Samples machen, aber ich kann auch hier einen auswählen und dann mit der Maus ziehen, linke Maustaste gedrückt halten, ziehen und so hier quasi die Wellenform von Hand nachmalen und so tatsächlich hier in beiden Spuren das Problem beheben. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und nur ein klein wenig zurückgehe, dann ist mein Schlagzeug immer noch gut hörbar, aber dieser eine Peak, den habe ich entfernt, damit das Problem hier behoben. Das war mein Einstieg zu Fairlight. Für weitere Trainingsvideos, Handbücher und Zertifizierungsprüfungen allesamt kostenlos gehe auf die Trainingsseite für DaVinci Resolve und schaue auch gerne im DaVinci Resolve Forum vorbei, wo täglich Fragen zu DaVinci Resolve und auch zur Fairlight-Page besprochen und beantwortet werden. Vielen Dank!